Offenbarung Kapitel 4, da sagt die Bibel in Vers 1, Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich an der Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Wenn du dich erinnerst, im ersten Kapitel hat Johannes Jesus Christus gesehen in einer Vision und hat ihn reden gehört, gleich eine Posaune. Die erste Stimme, die ich gleich an der Posaune mit mir reden gehört hatte, da heißt es in Offenbarung Kapitel 1, Vers 10, du musst es nicht aufschlagen, Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der erste und der letzte und was du siehst, das schreibe in deinem Buch und sendest den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodicea. Also Johannes hat von Jesus Christus den Auftrag bekommen, die Offenbarung zu schreiben und an die Gemeinden in Asia zu schreiben. Und in Vers 7, Verzeihung, in Offenbarung Kapitel 1, da hat Jesus Christus gesagt, schreibe, was du gesehen hast, in Vers 19, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Also in Offenbarung Kapitel 1 haben wir uns mit dem beschäftigt, was Johannes gesehen hat, er hat Jesus Christus gesehen in seiner Herrlichkeit. Dann in Kapitel 2 und 3, was ist, also der Ist-Zustand der Gemeinde, mit dem wir uns beschäftigt haben und jetzt ab Kapitel 4, was nach diesem geschehen soll. Deswegen sagt dann Jesus zu Johannes, komm hier herauf und ich will dir zeigen, Offenbarung 4, Vers 1, was nach diesem geschehen muss. Und jetzt geht es eben los mit dem, was nach diesem geschehen muss, beginnend mit Offenbarung Kapitel 4. Jesus zeigt uns, Jesus offenbart uns, was in Zukunft geschehen wird. Nochmals, die Offenbarung ist die Offenbarung. Die Offenbarung ist keine Verschließung. Jesus zeigt uns hier offensichtlich, er offenbart uns, was nach diesem geschehen muss. Und es ist nicht irgendwie geheimnisvoll geschrieben oder so. Natürlich, vieles ist symbolisch und nicht, glaube ich, auf Anhieb zu verstehen. Aber die Offenbarung dient dazu, uns die Ereignisse in der Endzeit zu offenbaren. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Also, Offenbarung Kapitel 4, Vers 1, nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Johannes sieht diese Vision und die erste Stimme, die ich gleich in der Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Dann heißt es in Vers 2, Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Der wichtigste Vers in der Offenbarung, welcher Vers war das? Ich hoffe, du weißt es noch, dass es Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 war. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Also der wichtigste Vers, warum ist das der wichtigste Vers? Weil die Bibel uns in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 klar sagt, wie Jesus Christus kommen wird. Er wird in den Wolken kommen. Wer wird ihn sehen? Jedes Auge wird ihn sehen. Das heißt, wir als Christen werden dabei sein. Wir werden nicht schon vor der Trübsal entrückt sein, sondern wir werden dabei sein, wenn Jesus Christus in den Wolken wiederkommt. Wann wird das sein? Nach der Trübsal kommt Jesus Christus wieder. Das ist der entscheidende Vers. Das ist das, was Jesus Christus tut in Offenbarung Kapitel 1. Und das ist das, was du verstehen musst, um die ganze Offenbarung korrekt zu verstehen. Dass Jesus Christus nach der Trübsal wiederkommt. Er wird in den Wolken wiederkommen. Jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben, werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Warum werden sie sich an die Brust schlagen? Warum werden sie heulen und wehklagen? Weil es nämlich nicht nur die Entrückung sein wird nach der Trübsal für uns als Christen, sondern eine halbe Stunde später circa, sagt die Offenbarung, dass Gottes Zorn beginnen wird. Am selben Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt. Für die Ungläubigen, die eben nicht entrückt wurden. In ihrem Eifer einen Vers zu finden, in ihrem krankhaften und kampfhaften Eifer einen Vers zu finden. Für die Vorentrückung. Nehmen die Vorentrücker, die eben glauben, dass die Entrückung vor der Trübsal beginnt, anstatt nach der Trübsal. Und falls du nicht weißt, wovon ich rede, schaue dir meine vorherigen Predigten an. Ich bin immer wieder darauf eingegangen. Die Entrückung findet nach der Trübsal statt. Eindeutige Sache. Und allein schon Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 beweist das. Denn es heißt, jedes Auge wird ihn sehen. Also wir werden dabei sein als Christen. Wenn Jesus Christus in den Wolken, in Herrlichkeit wiederkommen wird, dann heißt es in Offenbarung Kapitel 24, Vers 29, Ab Vers 29, dass er seine Auserwählten sammeln wird von den vier Enden der Erde. Wer sind seine Auserwählten? Nun, das sind im Neuen Testament wir als Christen. Aber in ihrem Eifer unbedingt eine Vers finden zu wollen, für die Vorentrückung, dass die Entrückung eben doch vor der Trübsal stattfindet, nehmen diese Vorentrücker einfach Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Denn hier ist das Ding, sie haben keinen eindeutigen Vers, wo steht, dass wir vor der Trübsal entrückt werden. Diesen Vers gibt es nicht. Es gibt nur eindeutige Verse, die sagen, dass wir nach der Trübsal entrückt werden. Aber hier ist das Ding, sie brauchen natürlich irgendeinen Vers, um ihre Vorentrückung zu belegen. Also sagen sie, nach diesem schaute ich uns hier, eine Tür war geöffnet im Himmel. Aha. Und die erste Stimme, die gleich in einem Posaunen mit mir reden gehört hat, sprach, komm hier herauf. Siehst du, das ist die Entrückung. Das ist, was Roger Liby lehrt. Das ist, was all die anderen Dispensationalisten und Zionisten lehren. Und sie nutzen alle dieselben Argumente. Sie plappern sich alle einfach nur nach. Natürlich kannst du sagen, ja gut, aber du lehrst doch auch genau dasselbe wie Pastor Anderson und so weiter. Ja gut, aber wir haben eindeutige Verse für das, was wir lehren. Wir haben eindeutige Verse für die Entrückung nach der Trübsal. Roger Liby und Co. haben keine eindeutigen Verse. Also nehmen sie einfach Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Aber lass mich dir erstmal vor Augen halten, wie bescheuert das ist, ist Offenbarung 4, Vers 1 und 2 zu verwenden, um zu sagen, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfinden wird. Das ist ein Typ, Johannes, okay? Ein Typ, der durch eine Tür im Himmel geht. Aber noch nicht mal wortwörtlich, sondern was steht in Offenbarung Kapitel 4, Vers 2? Und zugleich war ich im Geist. Also er ist im Geist. Er sieht eine Vision. Es ist keine Entrückung. Okay? Ein Typ, der in einer Vision in den Himmel geht, das soll die Entrückung sein? Das ist bescheuert. Das ist lächerlich. Hier ist, was Roger Libby sagt. Wir sehen dann in den nachfolgenden Versen die 24 Ältesten, die um den Thron sitzen im Himmel. Roger Libby sagt, die 24 Ältesten, die im Himmel sind, das bedeutet, dass das ganze Volk schon da ist. Also die 24 Ältesten im Himmel, das bedeutet, das ganze Volk ist schon da. Sie sind schon entrückt. Und Johannes, weiterhin das, was Roger Libby sagt, Johannes steht stellvertretend für die Gemeinde. Also hier ist Roger Libys Argumentation. Roger Liby sagt, der Fakt, dass wir dann die 24 Ältesten sehen in Offenbarung Kapitel 4, das zeigt, dass wir entrückt wurden. Das ist die Entrückung. Johannes steht dann einfach nur stellvertretend dafür, dass die Gemeinde entrückt wird. Das findet eben hier vor der Trübster statt. Ich meine, korrekt, das findet hier vor der Trübster statt. Aber das ist keine Entrückung. Es ist einfach nur ein Typ, der in einer Vision in den Himmel geht. Okay? Das ist keine Entrückung. Seine Argumentation ist, ja, es sind ja schon Leute im Himmel, die 24 Ältesten. Wie können die denn im Himmel sein, wenn das hier nicht die Entrückung ist? Nun, lass mich dir aber was erklären. Es gibt jetzt schon Leute im Himmel. Der Himmel ist nicht leer. Und es braucht nicht die Entrückung, damit Leute jetzt schon im Himmel sind. Warte mal was, verstorbene Heilige sind sofort im Himmel. Sie sind nicht in einem Warteraum, sondern sie landen sofort im Himmel. Ihre Seelen natürlich, nicht ihre Körper. Denn unsere Körper werden erst auferweckt, wenn Jesus Christus wiederkommt. zuerst werden eben die Entschlafenen in Christus auferweckt, ihre buchstäblichen Körper, ihre Körper werden verwandelt und wir, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, wir werden natürlich lebhaftig entrückt werden. Aber wenn jetzt schon jemand stirbt vor der Entrückung, nun seine Seele ist sofort im Himmel. Daher sind schon Leute im Himmel. Also der Fakt, dass 24 Ältesten im Himmel sind, warte mal, erstens, wie kann das das ganze Volk sein? Das, was Roger Liby sagt, das macht keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, dass Johannes einfach stellvertretend für die Gemeinde steht. Und sowieso dieser Begriff die Gemeinde ist so nervig. Es gibt nicht die Gemeinde. Okay? Es gibt nur Gemeinden. Und das macht besonders die Offenbarung immer wieder klar. Denn, raten wir mal was, es ist Johannes, der an die sieben Gemeinden schreibt, die in Asia sind. Gnade sein mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. An sieben Gemeinden in Asia. Die Gemeinde. Okay. 24 Älteste, wie können die schon im Himmel sein? Wenn das hier nicht die Entrückung ist in Offenbarung Kapitel 4, wo ein Typ in einer Vision in den Himmel geht, durch eine Tür, so wird die Entrückung nirgendwo beschrieben. Wie können die schon im Himmel sein? Weil verstorbene Heilige sofort im Himmel sind. Okay, aber ihre Körper wurden ja noch nicht auferweckt. Wie kann Johannes sie also sehen? Wie kann Johannes die 24 Ältesten dann sehen im Himmel, wenn ihre Körper noch nicht auferweckt wurden? Nun lass mich dir was erklären. Schlag Offenbarung Kapitel 6 auf. Offenbarung Kapitel 6. Johannes sieht in der Offenbarung Seelen. Das, was die Bibel buchstäblich sagt. Also, doch, Johannes kann die 24 Ältesten sehen, obwohl sie natürlich, obwohl ihre Leiber natürlich noch nicht auferweckt wurden. Offenbarung Kapitel 6, da ist es in Vers 9, und als das fünfte Siegel öffnete, es kommt, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes Willen und um des Zeugnisses Willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächt nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Das heißt, das hier ist noch vor der Entrückung. Denn wann beginnt Gottes Zorn? Nach der Entrückung, nach der Trübsal. Dann sagen die Leute nämlich, der große und schreckliche Tag seines Zorns ist gekommen. Ich kann das schnell aufschlagen hier. Offenbarung Kapitel 6. Da heißt es nämlich am Ende, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen, wenn du es im Kontext liest, das ist nach der Trübsal. Also, die Seelen, die Johannes hier sieht, im Himmel, ja, sie sind im Himmel, sie sind unter dem Altar im Himmel. Er sieht sie erstens, er kann Seelen sehen und zweitens, es ist noch vor der Entrückung. Offenbarung 6, Vers 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächt nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknecht und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Also eindeutig natürlich noch vor dem Ende der Trübsal, vor der Entrückung, sind die Seelen schon im Himmel und Johannes sieht die Seelen. Also, Offenbarung 4, Vers 1 ist natürlich nicht die Entrückung. Es wäre lächerlich zu sagen, dass die ein Typ, der in den Himmel geht, in einer Vision, dass das die Entrückung ist. Und die Argumente, die Roger Liby und Konsorten anbringen, die machen überhaupt gar keinen Sinn. Wie ich dir gerade bewiesen habe. Aber ein weiteres Argument, das manche anbringen ist, naja, wir sehen hier in Offenbarung 4, Vers 1, das ist ja die Rede von einer Posaune. Und die Bibel sagt ja, dass zur Zeit der letzten Posaune, dass wir auferweckt werden und dass die Entrückung stattfindet. Also, das trifft doch alles zu. Aber warte mal, was steht hier? Offenbarung 4, Vers 1. Die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, ist sie von einer Posaune die Rede? Nein. Sondern es ist von einer Stimme, die ich gleich eine Posaune mit mir reden gehört hatte. Er hört Jesus Christus. Jesus Christus ist ihm in der Herrlichkeit erschienen. Er hört Jesus Christus reden. Davon ist die Rede. Warum gleich eine Posaune? Nun, es geht um die Lautstärke. Genauso wie die Bibel sagt im Jesaja 58, Vers 1. Erhebe deine, rufe laut, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkünde meinem Volk ihre Übertretung und dem Haus Jakob ihre Sünden. Also was hat das mit dem gleich eine Posaune auf sich? Nun, es heißt, rufe laut, schone nicht. Es geht um die Lautstärke. Und ich glaube, das ist keine buchstäbliche Posaune. Also alle Argumente, die sie haben, um hier in Offenbarung 4, Vers 1 und 2 die Entrückung vor der Trübsal reinzunebritieren, machen allesamt keinen Sinn. Und daran sieht man einfach, wie krampfhaft sie versuchen, irgendeinen eindeutigen Vers zu finden, denn es gibt keinen eindeutigen Vers. Das ist das Einzige, was sie haben. Das ist lächerlich. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo ist dann die Entrückung in der Offenbarung? Wenn das hier offensichtlich nicht die Entrückung ist, wo ist dann die Entrückung in der Offenbarung? Lass es mich dir zeigen. Gehe wieder zu Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6. Da ist es in Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein Herr in der Sack und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, die ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Hm, an was erinnert uns das? Und das habe ich schon in den vorherigen Predigen gesagt. Natürlich gleicht sich das ab mit Matthäus Kapitel 24, Abvers 29. Eindeutige Sache, Matthäus 24, da lesen wir eben auch, dass die Sonne sich verfinstert, der Mond wird seinen Schein nicht geben und so weiter. Und zwar heißt es da in Matthäus 24, in Vers 29, bald aber nach der Drangsal, wann? Nach der Drangsal, nicht vor der Trübsal, sondern nach der Drangsal, jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, der Mond wird seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und so weiter. Also es geht hier um dasselbe Ereignis. Offenbarung Kapitel 6, da heißt es weiter, und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt, die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und der Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zornes ist gekommen, wer kann bestehen? Also in Offenbarung Kapitel 24, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, haben wir gesehen, dieselben Zeichen, was geschieht, er wird seine Engel senden, Jesus Christus sendet seine Engel, sie sammeln seine Auserwählten, das heißt wir werden gesammelt, sprich wir werden entrückt und was geschieht aber am selben Tag, wie wir hier in Offenbarung Kapitel 6 lesen, der große Tag seines Zorns kommen und wer kann bestehen? Was lesen wir dann, wenn wir einfach weiterlesen in der Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 7, da ist es ab Vers 9, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm bekleidet mit weißen Kleidern und palmzweige Waren in ihren Händen. Spring runter zu Vers 13 und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Vers 14 und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Also, wir haben hier eindeutig, eindeutige Verse, die die Entrückung nach der Trübsal belegen in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 4, Vers 1, da die Trübsal rein zu interpretieren, das ist bescheuert. Das ist einfach nur ein krampfhaftes, einfach nur ein krankhafter Versuch, irgendetwas zu finden. Um eine Lehre zu belegen. Aber hier, wie sollten wir vorgehen, wenn wir die Bibel interpretieren? Wollen wir einfach krampfhaft irgendwelche Verse finden, um unsere Lehre zu beweisen? Oder wollen wir die Bibel lesen und schauen, was die Bibel sagt und darauf basierend eine Lehre bauen? Was ist wohl die richtige Vorgehensweise? Nun, hier lesen wir in der Offenbarung 6, dass eben genau dieselben Zeichen geschehen wie in Matthäus Kapitel 24. Wann geschehen diese Zeichen? In Matthäus Kapitel 24 heißt es aber sogleich aber nach der Drangsal jener Tage. Wir wissen also, dass es nach der Trübsal stattfinden wird. Drangsal, Trübsal sind Synonyme. Okay, was sehen wir dann im nächsten Kapitel, Offenbarung Kapitel 7? Dann ist auf einmal diese riesige Schar im Himmel. Und was sagt der Älteste? Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Okay, also hier haben wir die Entrückung. Natürlich wird hier nicht die Entrückung als Prozess beschrieben, dass wir aufgenommen werden in den Himmel. aber wir haben Ende der Drangsal, Zorn Gottes beginnt. Was lesen wir sofort im nächsten Kapitel? Die große Scharze im Himmel, die aus der Trübsal kommen. Also, eindeutige Sache, wann geschieht die Entrückung? Nach der Trübsal. Und Offenbarung Kapitel 4 lehrt nicht die Entrückung. Und schon gar nicht vor der Trübsal. Also, geh wieder zurück zur Offenbarung Kapitel 4, zum eigentlichen Kapitel, um das es heute geht. Offenbarung Kapitel 4, da ist in Vers 2 weiter. Und zugleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein gleich und ein Regenbogen war rings um den Thron, erglichen seinem Aussehen einem Smaragd. Also, Johannes sieht jetzt in dieser Vision, er wurde nicht entrückt wortwörtlich, sondern er ist im Geist. Er sieht in dieser Vision einen Thron im Himmel und auf dem Thron sitzt Jesus Christus. Und er sieht Jesus Christus und seine Herrlichkeit und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein gleich. Nun, es geht natürlich nicht darum, dass Jesus Christus buchstäblich aussieht wie ein Edelstein in seiner Form, sondern, was ich glaube, was Johannes uns damit sagt, was die Bibel uns damit sagt, ist, dass er wie das Funkeln, wie das Blitzen geschliffener Edelsteine aussieht. Ich meine, stell dir ein Zimmer vor, das einfach mit allen möglichen Diamanten und Edelsteinen geschmückt ist, dir alle blitzen und funkeln, du bist einfach geblendet von dieser Herrlichkeit. Nur, dass es noch, was weiß ich, zehntausendmal herrlicher sein wird. Er sieht Jesus Christus und seine Herrlichkeit, wie er glänzt und hell ist und funkelt und schimmert wie Edelsteine. So beschreibt Johannes Jesus, der hier auf dem Thron sitzt. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Wieder, ein Regenbogen sieht natürlich nicht aus, buchstäblich, wie ein Smaragd in seiner Form, sondern es ist einfach so hell, einfach so blendend wie geschliffene Edelsteine. Und genauso, wenn wir die Bibel lesen, sagt die Bibel, dass wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn sehen und wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sagt die Bibel. Johannes sieht Jesus in seiner Herrlichkeit, einfach dieses helle Licht, es blitzt und funkelt. Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Aber als Jesus Christus hier auf die Erde gewandelt ist, gemütig, nicht verherrlicht als König, was sagt die Bibel da, dass uns sein Aussehen nicht gefiel. Aber jetzt sieht eben Johannes Jesus in seiner Herrlichkeit und schlag Hesekiel Kapitel 1 auf, den Propheten Hesekiel Kapitel 1. Wir sehen eine sehr ähnliche Beschreibung schon im Alten Testament von Jesus Christus. Da heißt es in Hesekiel Kapitel 1, ich hoffe, du hast es schnell aufgeschlagen, in Vers 26 und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, wir kommen dann gleich noch dazu, um welche Häupter es hier geht, Hesekiel Kapitel 1 Vers 26, oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, die über ihren Häuptern war, Verzeihung, war das Gebilde eines Thrones anzusehen wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt anzusehen wie ein Mensch. Und ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers inwendig ringsum, von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin, sah ich, wie das Aussehen eines Feuers und ein Glanz war ringsum ihn her. Wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete. Also sehr ähnliche Beschreibung wie eine Offenbarung, die auch Johannes eben in Kapitel 1 Jesus gesehen hat in der Vision auf sein Angesicht gefallen ist, einfach geblendet von der Herrlichkeit des Herrn. Und was für ein Tag muss das sein, wenn wir im Himmel sein werden und Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen werden und auf die Knie fallen, seine Herrlichkeit sehen. Was für ein Tag muss das sein? Und es ist schon so herrlich mit unverhülltem Angesicht den Herrn zu sehen in seinem Wort. Nicht wahr? Und diese herrliche Beschreibung zu lesen, wie Jesus Christus einfach blendend aussieht. Einfach geblendet von seiner Herrlichkeit. Und wie Johannes eigentlich um Worte ringt. Er sieht aus wie ein Jaspisstein und wie ein Sardisstein und ein Regenbogen war ringsum mit dem Thron erglichen seinem Aussehen eines Maragts. Such nach einer Beschreibung dafür, wie herrlich diese Erscheinung ist. Wie es blitzt und funkelt wie Edelsteine. Aber geh wieder zurück zur Offenbarung Kapitel 4. In Offenbarung Kapitel 4, da heißt es in Vers 4, und ringsum den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Wer sind diese Ältesten, die Johannes hier im Himmel sieht? Wer sind diese Ältesten? Nun, wenn wir die Bibel verstehen wollen, dann müssen wir die Bibel mit der Bibel erklären. Die Bibel sagt, dass wir Geistliches geistlich erklären. Also wenn wir ein geistliches Buch wie die Bibel, die nun mal das einzige echte geistliche Buch ist, erklären wollen, dann müssen wir die Bibel mit der Bibel erklären. Wer sind die Ältesten, die 24 Ältesten, die Johannes hier sieht? Schlag Titus Kapitel 1, Vers 5 auf. Titus Kapitel 1, Vers 5. Die Bibel gibt uns eine ganz konkrete Beschreibung davon, wer Älteste sind. Und da heißt es in Titus Kapitel 1, Vers 5, Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Vers 7, Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach ständlichem Gewinn strebend und so weiter. Also wir sehen hier, es beginnt damit, dass Paulus Antitus schreibt, dass er in jeder Stadt Älteste einsetzen soll, dann heißt es in Vers 7, denn ein Aufseher und so weiter. Also ein Ältester wird gleichgesetzt mit einem Aufseher, das sind Synonyme. Nun, um welches Amt geht es hier? Es geht hier um das Amt eines Pastors und ich werde dir gleich beweisen, dass Pastor der richtige Begriff ist, denn manche Leute wollen das nicht glauben. Es geht nur um das Amt eines Pastors, das Amt eines Ältesten, eines Aufsehers, das sind Synonyme. Also wenn wir ganz einfach die Bibel lesen, wer sind Älteste in der Bibel? Das sind diejenigen, die das Sagen haben über eine Gemeinde, die eine Gemeinde leiten. Die nicht jung sind im Glauben, der Begriff Ältester bedeutet nicht, dass er buchstäblich alt sein muss, sondern es bedeutet, dass er nicht jung ist im Glauben, kein Neubekehrter, sondern jemand, der reif ist im Glauben. Und er hat das Aufsehen über eine Gemeinde. Er sieht über die Gemeinde, in dem Sinne, dass er die Gemeinde leitet. Und lass uns eine Parallelstelle anschauen, in 1. Timotheus. Wenn du zurückgehst zu 1. Timotheus, da heißt es im Vers, in Kapitel 3, Vers 1. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Man muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich zu lehren, und so weiter. Also, wir sehen hier immer wieder, Ältester, Aufseher, das sind Synonyme, es geht um das Amt eines Pastors. 1. Petrus, wir schauen uns einfach ein paar Stellen schnell an. 1. Petrus, da heißt es in Kapitel 5, in Vers 1, die Ältesten, wieder, die Ältesten, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Also, was wir uns bisher angeschaut haben, die Begriffe Ältester, Aufseher, die werden jetzt alle zusammengefasst. 1. Petrus 5, Vers 1, die Ältesten, ja, dann haben wir in Vers 2, dass sie, dass sie freiwillig Aufsicht üben sollen, wir haben den Begriff Aufseher, und was haben wir hier noch für einen Begriff, den wir hier finden? In Vers 2, hütet die Herde Gottes. Also, was für ein Amt haben sie? Sie haben das Amt eines Hirten, sie sollen die Herde hüten. Also, wenn wir diesen Vers lesen, 1. Petrus 5, Vers 1 und 2, dann stellen wir fest, dass Ältester, Aufseher und Hirte dasselbe Amt sind. Es wird alles zusammengefasst. Und, wie bezeichnen wir dieses Amt auch? Wir bezeichnen dieses Amt als Pastor. Und Leute wollen das nicht glauben. Oh, Pastor, das habt ihr erfunden. Nirgendwo in der Bibel steht das Wort Pastor. Das habt ihr erfunden als Baptisten. Und das ist viel zu autoritär. Und bla, bla, bla. Es soll nicht nur einen Pastor geben in einer Gemeinde. Das kommt doch nicht mehr in der Bibel vor. Immer wieder sehe ich diesen Schwachsinn. Aber lass mich dir was erklären. Weißt du, was das Wort Pastor bedeutet? Pastor bedeutet Hirte. Rate mal, was in Epheser Kapitel 4 steht. Dass er etliche als Apostel gegeben hat. Was heißt es dann auch? Etliche als Hirtin und Lehrer. Was ist ein anderes Wort dafür? Pastor. Pastor bedeutet Hirte. Und raten wir mal, was in anderen Bibelbesetzungen steht. Da steht statt Hirte Pastor. Nun, beides ist richtig. Hirte und Pastor bedeuten dasselbe. Also, ob da Hirte oder Pastor steht, macht buchstäblich keinen Unterschied. Es geht um dasselbe Amt. Also doch, Pastoren kommen in der Bibel vor. Und die Bibel ist eindeutig, dass eine Gemeinde eben einen Aufseher haben soll. Einen Ältesten. Einen Pastor. Warum verwendet die Bibel diese Begriffe für ein und dasselbe Amt? Denn es ist dasselbe Amt, wie ich dir gezeigt habe, aus 1. Petrus Kapitel 5, Vers 1 und 2. Um uns verschiedene Aspekte dieses Amtes aufzuzeigen. Um uns verschiedene Aufgaben dieses Amtes aufzuzeigen. Ein Aspekt ist, dass ein Pastor eben ein Ältester sein soll. Das heißt, er soll reich sein im Glauben. Gewachsen sein im Glauben. Nicht gerade erst gestern zum Glauben gekommen. Nicht gerade erst gestern gerettet worden. Zweitens, er soll ein Aufseher sein. Das heißt, er hat das Sagen über die Gemeinde. Er übt die Aufsicht über die Gemeinde. Dass alles so läuft, wie Jesus Christus, der Oberhürde sich das vorstellt. Denn ein Pastor, ein Hürde, das ist jetzt der dritte Aspekt, er ist natürlich nicht das Oberhaupt der Gemeinde, sondern das Oberhaupt der Gemeinde, jede einzelne Gemeinde ist Jesus Christus und der Pastor sozusagen der Unterhürde. Und was macht ein Hürde? Er hütet die Herde, er bewahrt sie vor Wölfen, er bewahrt sie vor Angreifern und er hat eine ernährende Funktion. Er leitet die Herde auf eine grüne Weide. Er nährt die Herde. Und genauso ein Pastor eben, er leitet nicht einfach nur die Gemeinde, sondern er beschützt die Gemeinde, er lehrt die Gemeinde, er nährt sozusagen die Gemeinde wie ein Hürde. Das sind die verschiedenen Aspekte desselben Amtes. Und ja, dazu sagen wir Pastor. Weißt du was? Im religiösen Sprachgebrauch, im religiösen Kontext sagen wir nun mal nicht Hürde. Tut mir leid, wir sagen Pastor. Wir sagen auch nicht, wir versuchen auch nicht, das griechische Wort für Kirche einfach eins zu eins zu übersetzen, irgendwie die Herausgerufene. Und es gibt Leute, die wollen so einen Schwachsinn anstellen oder die wollen unbedingt Versammlungen sagen und tun so, als sei, denn das, was das Wort auch bedeutet, ist ganz einfach eine Versammlung. Natürlich, die Kirche ist eine Versammlung, aber sie wollen unbedingt Versammlungen sagen, weil sie glauben, dass irgendwie Kirche falsch sei, dass es irgendwie ein falsches Wort sei. Aber im religiösen Sprachgebrauch, im alltäglichen normalen Sprachgebrauch sagen wir nun mal Kirche, okay? Und daran ist nichts falsch. Wir sagen Pastor, auch wenn in der Stadt von 2000 zum Beispiel Hürde steht. Aber Pastor bedeutet Hürde, okay? Daran ist nichts falsch. Also, die 24 Ältesten, Offenbarung Kapitel 4, gehen wir zurück zu Offenbarung Kapitel 4. Wer sind die 24 Ältesten, die Johannes im Himmel sieht? Nun, das sind Pastoren. Und warum sind es einfach diese 24 Ältesten, die um den Thron sitzen, mit weißen Kleinen bekleidet, die auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten? Nun, offensichtlich waren das Pastoren, die besonders geehrt werden. Pastoren, die einen besonders guten Dienst verrichtet haben. Und die werden geehrt, sie dürfen um den Thron sitzen, sie haben Kronen auf ihren Häuptern natürlich als Zeichen von Autorität und Ehre. Es waren Pastoren, die einen besonders guten Dienst verrichtet haben. Ich meine, was für eine unfassbare Vorstellung, dass ein Pastor die Ehre bekommt, weil er hier auf Erden gut gedient hat, um Jesu Christi Thron zu setzen und so geehrt zu werden. Unfassbare Vorstellung. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 17, ich lese das nur schnell vor, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen in doppelter Ehre wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Also hier schon auf der Erde sollen wir Älteste, die gut vorstehen, doppelter Ehre wertachten. Besonders im Himmel wird dann Jesus Christus die 24 Ältesten, die besten Pastoren ehren. Hebräer, Kapitel 13, Vers 7, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glaube nach. Ja, ein Pastor ist ein Führer, er leitet die Gemeinde. Natürlich als Unterhürde sozusagen. Der Oberhürde ist Jesus Christus. Er ist das Oberhaupt jeder einzelnen Gemeinde. Oder anders ausgedrückt, Jesus Christus ist sozusagen der Sheriff und Pastoren sind die Deputies. Sie sind natürlich Jesus Christus untergestellt, aber sie führen in Jesus Christi Auftrag, die Gemeinde. Sie sind Führer und ja, wir sollen uns ihnen unterordnen. Da geht es natürlich um geistliche Angelegenheiten, um Angelegenheiten der Gemeinde. Denn die Regeln, die ein Pastor umsetzen darf, sind sehr, sehr wenige. Sehr, sehr wenige Regeln. Es geht nicht darum, dass ein Pastor irgendwie sich in dein persönliches, alltägliches Leben einmischt. Sondern was sind Regeln, die umgesetzt werden in einer Gemeinde? Zum Beispiel, dass jemand wegen Trunkenheit rausgeworfen wird. Das ist eine Regel, dass jemand wegen Unzucht rausgeworfen wird. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viele Regeln in der Gemeinde. Natürlich sehen wir eine biblische Struktur. Okay, es soll einen Pastor geben, es gibt die Akone und so weiter. Sie sollen es ihnen unterordnen. Sie leiten die Gemeinde. Sie geben natürlich die biblische Lehre vor. Das muss natürlich auf der Bibel basieren, logischerweise. Und genauso wie wir uns eben unterordnen sollen und Pastoren ehren sollen, die 24 Ältesten, sie werden geehrt von Jesus Christus und sie bekommen diese Kronen auf ihren Häuptern, ein Zeichen von Ehre und Autorität. Pastoren haben Autorität. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und armt ihren Glaube nach. Sei kein Freestyle-Christ, der einfach dein eigenes Ding macht. Geh zur Kirche und ordne dich deinem Pastor unter. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 lese ich auch nur schnell vor, da heißt es, sei getreu, bis in den Tod werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wir können ziemlich davon ausgehen, dass vielleicht nicht jeder von den 24 Ältesten, aber viele von ihnen Märtyrer waren, dass sie getötet wurden um Jesu Christi willen. Das ist kein Fakt, den ich hier sage, aber davon können wir mit ziemlich großer Sicherheit ausgehen, denn wenn das die 24 besten Pastoren sind, die 24 Ältesten, die diese Ehre bekommen, nun sie müssen was Großartiges getan haben und sie wurden wahrscheinlich geehrt, für Jesus Christus zu sterben. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Aber geh wieder zurück zur Offenbarung Kapitel 4. Offenbarung Kapitel 4, da heißt es im Vers 5, und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall und in der Mitte des Throns und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Also wir sehen hier diese unfassbare Vision, diese furchterregende, schreckliche Vision eigentlich. Von dem Thron gingen Blitze, Donner, Stimmen aus. Diese sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Vor dem Thron war ein gläseres Meer gleich Kristall. Und dann sehen wir hier diese vier lebendigen Wesen. Schlag Hesekiel Kapitel 1 auf. Und wenn du Hesekiel Kapitel 1 aufgeschlagen hast, dann mach dir unbedingt ein Lesezeichen in Hesekiel Kapitel 1, denn wir werden wieder dazu zurückkommen. Hesekiel Kapitel 1, da sehen wir nämlich sehr ähnliche lebendige Wesen. Was haben wir in Offenbarung Kapitel 4 gelesen? Dass diese lebendigen Wesen verschiedene Angesichter haben. Das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Angesicht wie ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden Adler. Hesekiel Kapitel 1, Vers 4, da heißt es, und ich schaute und siehe ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein loderndes Feuer von einem strahlenden Glanz umgeben, aus seiner Mitte aber glänzte es wie Goldschimmer mitten aus dem Feuer. Und mitten aus diesem erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen und dies war ihr Aussehen, sie hatten Menschengestalt. Natürlich sind es keine Menschen, sondern es sind eben ja auch keine normalen Tiere. Es sind keine Tiere, die wir auf der Erde sehen, sondern es sind eben lebendige Wesen, es sind übernatürliche Wesen. Wir werden dann gleich erfahren, wie diese Wesen bezeichnet werden. Und jedes von ihnen hatte vier Gesichter, Vers 6, und jedes von ihnen hatte vier Flügel. Ihre Füße standen gerade und ihre Fußsohlen glichen der Fußsohle eines Kalbes und sie funkelten wie der Schimmer von blankem Erz. Unter ihren Flügeln befanden sich Menschenhände an ihren vier Seiten und alle vier Seiten hatten ihre Gesichter und ihre Flügel. Ihre Flügel waren miteinander verbunden, wenn sie gingen, wandten sie sich nicht um, jedes ging gerade vor sich hin. Ihre Gesichter aber waren so gestaltet. Vorne das Gesicht eines Menschen, auf der rechten Seite bei allen Vieren das Gesicht eines Löwen, zur linken bei allen Vieren das Gesicht eines Stieres, hinten aber hatten alle vier das Gesicht eines Adlers. Aber Sie sehen dieselben vier Gesichter. Diese Wesen sind sehr ähnlich. Es sind nicht exakt dieselben Wesen, wir kommen dann gleich noch dazu, aber diese Wesen sind sehr ähnlich wie die vier lebendigen Wesen, die Johannes im Himmel sieht, in der Vision, die in der Mitte des Thrones und Rings um den Thron sind. Diese vier lebendigen Wesen volle Augen vorn und hinten. Und Hesekiel Kapitel 10 Vers 20, ich lese das nur schnell vor, du musst es nicht aufschlagen, da heißt es, es war das lebendige Wesen, das ich am Fluss Keba unter dem Gott Israels gesehen hatte und ich erkannte, dass es Cherubim waren. Also, diese vier lebendigen Wesen, wie werden sie bezeichnet? Sie werden als Cherubim bezeichnet. Da hast bestimmt schon mal die Begriffe gehört, Cherubim und Seraphim. Also diese vier lebendigen Wesen in Hesekiel Kapitel 1, das sind die Cherubim. Warum haben sie diese vier verschiedenen Gesichter? Warum haben sie diese vier verschiedenen Gestalten? Was können wir daraus lernen? Denn natürlich, Gott macht nichts einfach so ohne Grund. Alles in der Bibel deutet auf Jesus Christus hin. Und Jesus Christus selbst sagt, wenn ihr Mose glauben würdet, so würde ich auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Und Mose steht für das Gesetz, aber wir können das auch anwenden auf das ganze Alte Testament. Alles, sogar das Gesetz, wenn es einfach nur um die einzelnen Gebote geht, alles in der Bibel deutet auf Jesus Christus hin. Alles dient dazu, Jesus Christus zu verherrlichen, Gott zu verherrlichen. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Predigt Jesus Christus verherrliche. Und dir, wenn du diese Predigt hörst, seine Herrlichkeit mehr vor Augen halte. Und das ist eine schwierige Aufgabe, denn wie kann ich dem noch irgendwas hinzufügen? Nicht wahr? Aber alles in der Bibel deutet auf Jesus Christus hin und wenn wir auch diese vier lebendigen Wesen sehen, die schwierig zu verstehen sind, dann müssen wir das mit dem Gedanken lesen, dass diese vier lebendigen Wesen auf Jesus Christus hindeuten und Jesus Christus vor Augen malen sollen, Jesus Christus verherrlichen. Also, diese vier Gesichter, diese vier Gestalten, wie wir das auch in Offenbarung 4 Vers 5 gelesen haben, in 4 Vers 7, Verzeihung, das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte hatte ein anderes wie ein Mensch, das vier lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Diese vier verschiedenen Gesichter, diese vier verschiedenen Gestalten, haben eine ganz bestimmte Bedeutung. Und ich glaube, dass diese vier lebendigen Wesen im Himmel die vier Evangelien repräsentieren. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Lass es mich dir erklären, warum. Das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Der Löwe stellt das Matthäus-Evangelium dar. Warum repräsentiert das Aussehen eines Löwens? Das ist natürlich nicht buchstäblich ein Löwe, dieses lebendige Wesen, aber warum repräsentiert das Aussehen eines Löwen des Matthäus-Evangelium. Nun, Offenbarung 5, Vers 5, da heißt es, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Judah ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Also Jesus Christus wird als Löwe dargestellt. Jesus Christus wird nicht nur als Löwe, sondern auch als Lamm dargestellt. Aber der Löwe ist ein typisches Symbol für Jesus Christus. Und im Matthäus-Evangelium wird uns Jesus Christus als der König vorgestellt. Und der Löwe ist natürlich ein majestätisches Tier. Oftmals haben Könige gerne irgendwie Löwen als Symbole oder irgendwelche Raubkatzen, weil sie natürlich majestätisch aussehen, weil sie gefährlich sind. Also im Matthäus-Evangelium wird uns Jesus Christus als der König der Juden vorgestellt, nicht wahr? Der König, der Messias, der verheißen war. Und deswegen geht das Geschlechtsregister in Matthäus Kapitel 1 eben auf Abraham zurück. Jesus Christus, Geschlechtsregister Jesus Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Es geht auf Abraham zurück und von Abraham bis zu Jesus Christus wird die königliche Linie beschrieben in diesem Geschlechtsregister. Beziehungsweise die königliche Linie von Abraham bis zu Josef, dem Stiefvater von Jesus. Und es heißt auch, dass Josef eben aus dem Geschlechts David war, aus königlichem Geschlecht. Und Jesus Christus wurde in Bethlehem geboren, in der Stadt Davids. Also Jesus Christus wird im Matthäus-Evangelium als der König der Juden vorgestellt, der auf dem Thron Davids sitzt, der aus der königlichen Linie stammt. Denn so war es prophezeit und so musste es geschehen. Deswegen, der Löwe, das erste lebendige Wesen, stellt das Matthäus-Evangelium dar. Jesus Christus als der verheißene Messias, als der König der Juden. In Hebräer Kapitel 7, Vers 12, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Denn derjenige, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört einem anderen Stamm an, von dem keiner Maltar gedient hat. Denn es ist sehr bekannt, dass unser Herr aus Judah entsprossen ist und zu diesem Stamm hat Mose nichts über ein Priestertum geredet. Also Jesus Christus ist unser hoher Priester, aber er stammt nicht aus dem Stamm Levi. Jesus Christus ist kein Levit. Jesus Christus stammt aus dem Stamm Judah. Denn Jesus Christus ist eben sowohl der verheißene hohe Priester, als auch der verheißene König der Juden, der verheißene Messias. Und er ist natürlich auch unser König. Denn Jesus Christus ist der Gott der ganzen Welt, nicht nur die Juden, sondern auch der Griechen. Und genauso wie Jesus Christus sowohl König als auch Priester ist, heißt es in Offenbarung Kapitel 1, dass er uns zu Königinnen und Priestern gemacht hat. Jesus sagt auch zu den Juden, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen zu ihm Davids. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihn denn Davids im Geist Herr, wenn er spricht, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Also die Juden, ich habe das jetzt hoffentlich richtig zitiert, die Juden dachten, dass der Messias, und das denken sie bis heute, dass der Messias einfach ein buchstäblicher Sohn Davids sein wird. Einfach ein Mensch wie jeder andere. Und Jesus Christus ist natürlich zu 100% Mensch, aber auch zu 100% Gott. Juden bis heute glauben, dass ihr Messias einfach nur ein stinknormaler Mensch sein wird, der eben von David abstand. Deswegen fragt Jesus sie, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Stellt diese rhetorische Frage. Und natürlich ist Jesus Christus Davids Sohn, aber eben nicht im wortwörtlichen Sinne. Denn Jesus Christus ist gleichzeitig ein Gottes Sohn. Er ist zu 100% Mensch, zu 100% Gott. Er ist nicht einfach nur ein Mensch wie jeder andere. Und die Juden denken eben, ihr Messias wird einfach nur ein weltlicher Herrscher sein, der eben von David abstammt und der sterben wird. Der einfach Israel wieder zur alter Stärke zurückbringen wird. Das ist auch, was wir schon in der Bibel lesen. Aber was weiß sagt David über Christus? setze dich zu meiner Rechten, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schäme für deine Füße. Wenn also David den Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Also Jesus Christus, eben der Sohn Davids im geistlichen Sinne, wir haben das Geschlechtsregister, die Königliche von Abraham bis hin zu Christus über Josef, den Stiefvater von Jesus und das Matthäus-Evangelium hat eben zum Ziel, Jesus Christus als den König vorzustellen, als den verheißenen Messias vorzustellen. Deswegen wird im Matthäus-Evangelium besonders viel auf das alte Testament Bezug genommen, um zu sagen, hier, diese Prophezeiung wurde erfüllt, um den Juden zu beweisen, Jesus ist der Christus. Aber Jesus Christus ist natürlich nicht der Messias, den sich die meisten Juden vorgestellt haben, den sich Juden heutzutage vorstellen, der einfach nur ein stinknormaler Weltherrscher sein wird, der sterben wird, sondern Jesus Christus wird auf Ewigkeit auf dem Thron David sitzen. Im Alten Testament ist immer wieder die Rede davon, dass Davids Königtum kein Ende haben wird, genauso auch das, dass Salomos Königtum kein Ende haben wird. Aber das trifft nicht wirklich auf David und Salomo zu, nicht wahr? Die beiden sind gestorben, aber Jesus Christus ist eben der verheißene König. Er ist der König der ganzen Erde. Er ist der König der Welt. Er ist natürlich der Schöpfer, er ist Gott. Und Jesus Christus hat keine physischen Nachkommen, sondern er ist der letzte König. Er ist der finale König, der in Ewigkeit herrscht. Also, das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das ist das Matthäus-Evangelium. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das ist das Markus-Evangelium. Warum wird das Markus-Evangelium durch eine junge Stier repräsentiert? Und wenn du das nicht glaubst, dass ich dir erzähle, das ist in Ordnung, aber ich denke, dass es ziemlich offensichtlich ist, dass es Sinn macht. Und wenn wir hier alle vier Evangelien durchgehen, dann wirst du am Ende feststellen, dass es Sinn macht. Warum wird das Markus-Evangelium durch eine junge Stier repräsentiert? Nun, Stiere und Ochsen in der Bibel werden als Beispiele für Arbeitstiere verwendet. Es heißt zum Beispiel auch, du sollst mit dem Ochsen nicht das Maul verbinden. Das wird angewendet auf Pastoren zum Beispiel, auf Älteste, die eben in der Gemeinde dienen, auf jemanden, der ein Amt in der Gemeinde hat. Man soll eben nicht das Maul verbinden, diesem Ochsen. Und das ist nicht irgendwie beleidigend gemeint, sondern ein Ochse wird eben als Beispiel für einen Arbeiter verwendet. Und wir sehen im Markus-Evangelium, dass Jesus Christus eben demütig als Arbeiter dient. Im Markus-Evangelium werden die Taten von Jesus Christus betont. Während es im Matthäus-Evangelium viel um, natürlich auch um die Taten geht, aber viel um die Lehre von Jesus Christus. Jesus Christus wurde als König vorgestellt, deswegen haben wir dieses Geschlechtsregister. Im Markus-Evangelium dagegen haben wir keinen Geschlechtsregister. Da lesen wir hauptsächlich von den Taten Jesu. Deswegen, der junge Stier ist das Markus-Evangelium. Allein im ersten Kapitel vom Markus-Evangelium kommt elfmal das Wort sogleich vor. Wenn du das Markus-Evangelium liest, dann wird dir auffallen, dass es immer wieder heißt, und sogleich, sogleich, sogleich. Sogleich wurde er vom Geist die Wüste geführt und sogleich hat er dies getan, sogleich hat er das getan. Also immer wieder zack, 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 von einer Tat zur anderen. Die Taten Jesus Christus werden betont, dass Jesus Christus als demütiger Arbeiter auf die Erde gekommen ist. Das ist der Fokus des Markus-Evangeliums. Das dritte lebendig gewesen hat ein Angesicht wie ein Mensch. Das ist das Lukas-Evangelium. Der Sohn des Menschen. Das ist ein Titel von Jesus Christus. Und im Lukas-Evangelium wird uns Jesus Christus als hauptsächlich der Mensch vorgestellt. Der Mensch Jesus Christus, so heißt es auch in der Bibel. Deswegen, das Geschlechtsregister im Lukas-Evangelium ist ein anderes Geschlechtsregister. Es ist ein Geschlechtsregister, das das zu Adam zurückgeht. Das Geschlechtsregister im Lukas-Evangelium endet mit den Worten des Enosh, des Set, des Adam, Gottes. Und Jesus Christus wird auch als der letzte Adam bezeichnet. Die Bibel sagt ungefähr, dass der erste Adam irdisch war von der Erde. Der letzte Adam ist der Herr aus dem Himmel. Also es ist nicht von weit hergeholt zu sagen, dass das dritte Lebendig gewesen mit dem Angesicht ein Mensch das Lukas-Evangelium repräsentiert. Jesus Christus als dem Menschen hervorhebt. Das Geschlechtsregister geht zurück zu Enosh Set, Adam, Gott. Und Jesus Christus wird als der letzte Adam bezeichnet. Also es geht Hand in Hand. Das macht Sinn. Das vierte Lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler, das Johannes-Evangelium. Im Johannes-Evangelium wird uns Jesus als Gott und Retter vorgestellt. Natürlich genauso lesen wir in allen anderen Evangelien, dass Jesus Christus natürlich der Sohn Gottes ist. Wir sehen in allen anderen Evangelien seine Göttlichkeit, aber die Evangelien haben einen verschiedenen Fokus. Im Johannes-Evangelium wird uns Jesus als Gott und Retter vorgestellt. Das ist der Fokus. Deswegen gibt es kein Geschlechtsregister im Johannes-Evangelium. Sondern wie beginnt das Johannes-Evangelium? Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Gleich zu Anfang des Johannes-Evangeliums wird die Gottheit Jesu Christi betont. Und das ist etwas, was Johannes als Schreiber immer wieder betont in seinen Schriften. Im Johannes-Evangelium, wir sehen in den Johannes-Briefen auch eben die Gottheit Jesu Christi hervorgehoben. In der Offenbarung, Kapitel 1, besonders die Gottheit Jesu Christi hervorgehoben. Und wozu wurde das Johannes-Evangelium geschrieben? Damit wir gerettet werden. Das ist der Ziel des Johannes-Evangeliums. Also, Jesus Christus als Gott und Retter im Johannes-Evangelium. Aber was hat das jetzt mit einem fliegenden Adler zu tun? Die Frage könntest du dir jetzt stellen, nicht wahr? Warum sollte ein fliegender Adler das Johannes-Evangelium repräsentieren? Lass mich dir ein paar Verse vorlesen, du musst das nicht aufschlagen, in Ruth Kapitel 12, in Ruth Kapitel 2, Vers 12, Verzeihung, da heißt es, Boaz spricht zu Ruth, der Herr vergelte dir deinen Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israel, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Psalm 17, Vers 8, behüte mich wie den Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Matthäus Kapitel 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, wie du die Propheten tötest und steinigst und zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Offenbarung 12, Vers 14, und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Also, ich könnte noch viele, viele weitere Verse zeigen, wo von Flügeln die Rede ist und wo Gott natürlich im symbolischen Sinne uns unter seine Flügel sammelt, uns beschirmt und wo wir Zuflucht suchen unter seinen Flügeln. Also, Jesus Christus als Gott und Retter repräsentiert durch einen fliegenden Adler, eben mit den Flügeln, dass Gott uns beschirmt, dass Gott uns beschützt, uns rettet und besonders eindeutig Offenbarung 12, Vers 14, was ich zuletzt zitiert habe, und wenn du an einen Vogel denkst, besonders an einen Adler, ist es natürlich ein sehr majestätisches Wesen, ein sehr freies Wesen. Wenn ich einen Adler sehe, dann denke ich an Freiheit und genauso haben wir eben auch Freiheit, wir sind gerettet von unseren Sünden und haben ewiges Leben. Also, das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, Matthäus, zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, Markus, das dritte lebendige Wesen hat ein Angesicht wie ein Mensch, Lukas, das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler, Johannes. Alles in der Bibel deutet auf Jesus Christus und alles verherrlicht Jesus Christus. Die vier lebendigen Wesen stellen die vier Evangelien dar und somit verschiedene Eigenschaften von Jesus Christus. Aber lasst uns jetzt diese vier lebendigen Wesen in Offenbarung Kapitel 4 vergleichen mit den vier lebendigen Wesen, die wir im Buch Hesekiel gesehen haben, die natürlich sehr ehrlich waren. Offenbarung Kapitel 4, da heißt es in Vers 8, Offenbarung Kapitel 4, Vers 8, und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Aber wie viele Flügel hatten die lebendigen Wesen in Hesekiel? Sie hatten nicht sechs Flügel, sondern sie hatten vier Flügel. Es sind also nicht dieselben lebendigen Wesen. Jesaja Kapitel 6, Jesaja Kapitel 6, da heißt es in Vers 1, wenn du es schnell aufschlägst, gut, wenn nicht, nicht so schlimm, ich lese es schnell vor. Im Todesjahr des Königs Ossia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Teppeln. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie und einer rief dem anderen zu und sprach heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscheren, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Also die lebendigen Wesen, die wir in der Offenbarung Kapitel 4 sehen, das sind die Seraphim mit den sechs Flügeln. Also es gibt Cherubim und Seraphim und die wir hier in Offenbarung Kapitel 4 lesen, das sind die Seraphim. Offenbarung Kapitel 4 Vers 8 jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht heilig 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 ist der Herr Gott der Allmächtige der war und der ist und der kommt und weißt du was das klingt natürlich ziemlich krass ziemlich unvorstellbar dass unaufhörlich bei Tag und bei Nacht diese vier lebendigen Wesen nichts anderes tun als Gott zuzurufen heilig 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 ist der Herr Gott der Allmächtige der war und der ist und der kommt aber weißt du was ich will lieber ich will lieber unaufhörlich meinem Herrn zurufen heilig 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 als unaufhörlich Tag und Nacht in der Hölle zu schreien vor Schmerz was willst du lieber ich will lieber im Himmel sein von meinem Herrn niederfallen und heilig 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 zu rufen auch wenn ich mir das jetzt noch schwer vorstellen kann als auf ewig in der Hölle zu brennen wo der Rauch ihren Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit und wo sie keine Ruhe haben Tag und Nacht ich will lieber unaufhörlich Tag und Nacht heilig 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 zurufen du hast die Wahl willst du unaufhörlich bei Tag und bei Nacht Gott zurufen Gott dienen heilig bist du heilig heilig oder willst du Tag und Nacht ohne Ruhe in der Hölle schreien vor Schmerz entscheide dich für eine Sache jedes mal wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem der auf dem Thron sitzt der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem der auf dem Thron sitzt und beten den an der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werfen ihre Krone nieder vor dem Thron nieder und sprechen würdig bist du oh Herr zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen jedes mal wenn diese vier lebendigen Wesen heilig heilig zu rufen jedes mal fallen die 24 Ältesten nieder sie werfen ihre Krone nieder sie setzen sich wieder hin nehmen ihre Krone wieder heilig heilig sie fallen wieder nieder und bringen Gott die Ehre da so unvorstellbar das auch klingt so schwer wir uns das jetzt vorstellen können in diesem Körper in diesem Fleisch in diesem Leben hey ich will lieber unaufhörlich Gott danken Gott die Ehre darbringen immer wieder niederfallen aufstehen wieder niederfallen Gott anbeten das ist herrlich zu lesen das ist schön zu lesen was für eine herrliche Vorstellung oder willst du lieber unaufhörlich bei Tag und bei Nacht in der Hölle schreien vor Schmerz hey Gott sei Dank sind wir als Christen gerettet Gott sei Dank haben wir diese herrliche Vorstellung im Himmel eines Tages sein zu werden und Gott in alle Ewigkeit dienen zu können Gott gibt uns Belohnungen als Motivation genauso wie er die Ältesten die 24 Ältesten natürlich belohnt dass sie um seinen Thron sitzen dürfen dass sie diese Kronen bekommen Gott belohnt uns nicht dass wir das irgendwie verdient hätten wenn wir uns das mal so richtig vorstellen aber Gott belohnt uns für unsere Werke die auf der Erde tun das ist eine große Motivation unsere Reaktion sollte sein wie es in Psalm 115 Vers 1 heißt nicht uns oh Herr nicht uns sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue Willen und wir sollten jetzt schon diese Haltung haben aber Gott sei Dank werden wir im Himmel die perfekte Haltung von Gott haben und niederfallen vor Gott Gott die Ehre darbringen ich meine die 24 Ältesten die niederfallen vor dem Thron und ihre Kronen niederwerfen was sagen sie damit hey uns gebührt gar nicht diese Ehre dir gebührt die Ehre würdig bist du oh Herr zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht denn du hast alle Dinge geschaffen durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen warum ist Gott würdig zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht weil Gott alles geschaffen hat Gott hat mich geschaffen Gott hat dich geschaffen Gott hat alles geschaffen und Gott hat alles für sich geschaffen Gott hat alles geschaffen damit er eine Freude daran hat denn es heißt hier durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen das klingt etwas etwas überflüssig wenn man das das erste Mal liest vielleicht denn es heißt du hast alle Dinge geschaffen durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen natürlich Gott hat alle Dinge geschaffen warum weil er es wollte aber die Bibel betont hier durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen warum betont die Bibel das was die Bibel damit sagen will ist dass Gott uns nicht irgendwie um unser Willen geschaffen hat sondern um seine Willen geschaffen hat er hat uns für sich geschaffen damit er mit uns Gemeinschaft hat das was Gott von uns will dass wir mit ihm Gemeinschaft haben Tag für Tag so viel wie möglich Gott hat uns Gott hat alles für sich geschaffen und das darin solltest du jeden Tag denken darin solltest du jeden Tag denken Gott hat dich um seine Willen geschaffen dass du mit ihm Gemeinschaft hast dass du ihm gefällst und was für eine wie ernüchternd ist das in unserem Fleisch hier auf dieser Erde immer wieder daran zu versagen Gott zu gefallen nicht wahr und wie großartig ist zu wissen dass trotzdem Gott so sehr die Welt geliebt hat dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat ich meine wir haben das mit nichts verdient wir wurden um seines Willen geschaffen wir sollen Jesus Christus die Ehre darbringen Jesus Christus den Dank darbringen Gott dienen Tag für Tag ich meine hat es Gott uns irgendwie geschuldet seinen Sohn zu opfern auf keinen Fall aber Gott liebt uns und was Gott von uns will warum er uns um seines Willen geschaffen hat ist eben dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und daran solltest du jeden Tag denken egal was du tust hey wir sind um seines Willen geschaffen würde Jesus Christus das jetzt befallen was du gerade tust lass uns beten